Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Jetzt kommt die Arktis bis zu uns ins Flachland. Es ist bitter kalt geworden und es wird noch viel kälter. Der Grund dafür ist ein Hoch zwischen Island und Skandinavien. Dieses Hoch führt trockene und kalte Polarluft aus dem Osten, aus Sibirien, zu uns in die Schweiz. Dieses Wetterphänomen ist sehr selten. Dieser sogenannte Arctic Outbreak trat das letzte Mal im Februar 2012 auf. Aber was kann man dagegen tun? Leider nicht viel. Warten. Am besten bleibt ihr in euren warmen vier Wänden. Wenn ihr einen Kamin habt, dann ist das definitiv jetzt der Moment, um diesen einzuheizen und sich davor zu setzen. Leider können wir nicht immer drin bleiben. Vielleicht müssen wir arbeiten, einkaufen oder mit dem Hund Gassi gehen. Bei diesen arktischen Temperaturen ist es von Vorteil, das Zwiebelprinzip zu kennen. Zieht euch an wie eine Zwiebel. Je mehr Schichten, desto besser. Und denkt daran, es gibt kein zu kaltes Wetter. Es gibt nur zu wenig Kleidung. Tschüss.